Willkommen zu meiner Sendung, heute zum Thema Körper. Und ich versichere Ihnen, wir sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen. Auch wenn Sie mich vielleicht nackt sehen werden. Vielleicht. So wollen wir das haben, meine Damen und Herren. Willkommen im Grünspan. Willkommen daheim. Willkommen zu einer neuen Folge der Deutsche Michel. Wir fragen uns heute Abend, wie konnte es passieren, dass wir uns alle zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung fühlen. Ich sage, unser Körper, alle von denen sind großartig. Genauso wie sie sind. Sie sind kein Statussymbol, nichts, was wir optimieren müssen. Und wenn Sie das nicht glauben, dann werde ich Ihnen heute Abend das Gegenteil beweisen. Begrüßen Sie meine beiden Experten für heute Abend. Das Model Angelina Kirsch und den Kunstturner und Olympiasieger Fabian Hambüchen. Herzlich willkommen. Da sind Sie. Kommt mit zu mir. Herzlich willkommen. Zwei so schöne Menschen zu haben hier. Schön, dass ihr bei mir seid. Euer Applaus. Ich glaube, zu Hause wird vielleicht auch schon gejubelt. Ihr beiden, du bist Deutschlands aktuell angesagtestes Topmodel. Wenn du das so sagst. Curvy Model, bitte. Sagen viele. Das ist ein Attribut, das darfst du nicht f- Warum ist Model nicht gleich Model? Muss man noch was dazu? Bei ihm sagt man ja auch ein Olympiasieger und muss dann nicht noch was dazu. Also er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann und Olympia auch noch. Und dann turnt er noch ein bisschen hier. Gibt es etwas, was ihr an eurem Körper besonders großartig findet? Das fragst du mich jetzt ernsthaft? Ja. Ja, na klar. Also ich mag hier so... Alles. Ja, es ist immer schwer, so etwas Leistungssportler zu beantworten. Weil es kommt immer ein bisschen arrogant rüber. Weil letztendlich so diese ganze Muskulatur... Sie mag alles. Das hast du halt von klein auf. Die 6-Jährigen bei uns in der Turnarein haben halt schon austrainierten Sixpack letztendlich. Aber nicht, weil die extrem Krafttraining dafür machen, sondern durch die Bewegung, durch das Turnen kommt das. Und je älter du wirst und je mehr du dann auch so ein bisschen mit der Muskulatur natürlich spielst, würdest du dich auch nicht verlieren. Okay, dann versuchen wir dann die Arroganz rauszunehmen, damit du dich nicht unwohl fühlst. Gibt es etwas, was du gar nicht magst an deinem Körper? Ja, die Haare werden immer weniger. Hier hinten wird es immer lichter schon. Ja, hat er recht. Könnt ihr mit eurer Zunge euren Ellenbogen berühren? Mit der Zunge den Ellenbogen von einem Nachbarn berühren, das kann man, aber versuchen Sie es mal, ob Sie das können. Ich bin schon wieder Turner, das kann. Hast du schon gemacht? Das habe ich schon mal versucht und es geht nicht, weil ich komme nur bis da. Aber ich kann mit der Zunge Nutella-Glas auslecken. Das ist viel wichtiger. Also, wenn Sie nicht völlig bescheuert sind und das zu Hause ausprobiert haben, dann wissen Sie natürlich, dass das überhaupt anatomisch nicht möglich ist. Wir wollten es nur machen, weil es einfach so blöde aussieht. So, das dazu. Das ist aber eine gute Ausgangslage für unser erstes Spiel, Wetten, dass, begrüßen Sie dafür meinen körperlich und geistig vollkommen fitten Spielleiter, Nils Holst. Nils, wo bist du? Oh, oh, es wird sportlich. Guten Abend. Wir spielen heute Wetten, dass. Herzlich willkommen. Und unser erster Wettkandidat für heute, Michel Abdullahi, meine Damen und Herren. Und Michel Abdullahi wettet, dass er in der Lage ist, mit der Nase Ja, erzähl weiter. diese Streichholzschachtel umzustoßen. Das Wichtige dabei ist, dass er in einer ganz bestimmten Körperhaltung dieses Kunststück vollbringen wird. Und Michel, ich mache es dir einmal ganz kurz vor, damit du einen Überblick hast, was wir von dir erwarten. Du wirst dich auf diese Matte knien. Ja. Das kenne ich. Knien auf Matten. Ja. Kennst du? Auf Matten knien. Macht er privat sehr viel. Dann geht es um die... Ich habe es religiös gemeint, nicht so, wie sie das meinen. ...um die Position der Streichholzschachtel. Fußrücken flach auf die Yogamatte. Dann die Ellenbogen an die Knie anschließend. Hände ausgestreckt. Und da, wo die Hände stehen, da wird dann auch die Streichholzschachtel stehen. Und deine Aufgabe ist es, aus dieser Position die Streichholzschachtel umzustoßen. Lieber Michel, begib dich einmal bitte auf die Matte. Die Frage an unsere beiden Wettpaten. Wird er diese schwierige Aufgabe bewältigen oder nicht? Was glauben Sie, Fabian? Wird er das schaffen? Glaube ich nicht. Angelina, Einschätzung? Haha, nee, ich glaube es auch nicht. Tut mir leid, Michel. Dann sage ich, top. Was haben Sie gesagt? Dass ich es schaffe, haben Sie gesagt? Ja, ja, dass du es schaffst. Sie glauben an dich. Mit der Nase. Weil die Augen so beinahmt bin ich in der Nähe, Nils. Ja, du bist ganz nah dran. Nur noch ein kleines Stückchen. Das letzte Stückchen würde ich ruckartig machen. Jetzt. Ruckartig. Sag doch, ob ich in der Nähe bin. Ich stehe das Ding nicht. Du bist ganz nah dran. Die Nase nach vorne. Ja, es fehlt wirklich nur noch 2 Zentimeter. Klein bisschen Anfeuerung herrscht. Das schafft er das. Ich kann nicht mehr. Er schafft es leider, leider nicht. Michel hat seine Wette leider verloren. Aber, wenn wir die Yogamatte schon mal da haben, und die Streichholzschachtel auch. Er soll das machen. Wäre das doch vielleicht ganz gut. Angelina, hätten Sie Lust, das einmal auszuprobieren? Oh Gott, ich habe es geahnt. Leute. Sie macht es mal, meine Damen und Herren. Und das finde ich sportlich. Angelina Kirsch auf unserer Yogamatte. Bitte nur von vorne filmen danach. Weil ich weiß nicht, was meine Hose macht jetzt gleich. Das ist wie so eine schlechte Dehnübung. Ellenbogen an die Knie. So? Ja. Finger ausgestreckt. Ja. Genau. So. Okay. So. Jetzt Ihre Einschätzung. Michel, schafft Angelina das? Wenn ich mit meinem Zinken das nicht schon hinbekomme, wie soll sie das denn hinbekommen? Nee, sie ist eine kleine, grazile Nase. Nein, schafft sie nicht. Fabian, Ihre Einschätzung? Ich glaube, sie kann es schaffen. Ich sage abermals, top. Die Wette gilt. Okay. Angelina Kirsch, meine Damen und Herren. Fantastisch. Und die Hose ist doch ganz. Fantastisch. Geil. Sehr schön, Angelina. Ich muss dazu vielleicht, das hat natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wir machen hier nicht nur Albernheiten, sondern es ist tatsächlich so, dass Frauen das leichter können. Weil einfach, und der Turner wird es wissen, weil einfach das Körpergewicht unterschiedlich verteilt ist. Ja, ganz klar. Es ist einfach so, Fabian, Sie als Mann trauen Sie sich das zu, obwohl Sie, glauben Sie, Sie schaffen das? Wollen Sie es einfach mal ganz kurz, einfach so, wenn wir ihn schon mal da haben, mal ausprobieren? Oh Gott, ich sehe schon den Streit zu Hause von den Zuschauern, die das jetzt versuchen. Er wird es schaffen. Ja, ist platziert, sehr gut. Er wird es schaffen. Hände weg. Keine Chance. Und jetzt einen kleinen, ermunternden Applaus für den Olympiasieger. Also, das war krasser, als es zu schaffen, ganz ehrlich. Fabian, haben wir die meine Damen und Herren. Also. Ganz nah dran gewesen. Danke, Nils. Vielen Dank. Seid ihr so, komm mal ein bisschen zu mir hier in die Mitte. Seid ihr so ehrgeizig, dass ihr das zu Hause üben würdet, um das hinzubekommen? Also mit den Streichhölzern hat mich jetzt schon, also ich würde gerne, wenn ich das übe, würde ich das so üben, wie du das gemacht hast, weil ich das viel cooler fand, anstatt die Streichhölzer dann so eine elegante raus und dann raufzuspringen und dann das. Ja, ich habe gemerkt, dass das aussichtslos war. Deswegen muss ich irgendwie alles in die Wackschale werfen. So, Spagat? Nee. Du wahrscheinlich ja, aber aufwärmen. Ja, da bräuchte ich jetzt schon ein bisschen.